Was ist der Schauspielschule? Also ich kenne den Oliver Hafner schon seit der Schauspielschule, also seit, ich will gar nicht rechnen, wie lange. Und seit der Zeit sind wir eigentlich befreundet und ganz unterschiedliche Wege gegangen. Und er hat auch tatsächlich, also es ist sozusagen vielleicht mir auf den Leib geschrieben, aber ihm auch, weil er war sehr lange an kleinen Theatern Regisseur. Es gibt da ja auch die Rolle des Regisseurs und so weiter. Und wir haben auch schon zwei weitere Filme zusammen gemacht und sind einfach sehr gut befreundet. Und ich glaube gar nicht, dass er mir die so richtig auf den Leib geschrieben hat, sondern er hat mir immer das Drehbuch zu lesen gegeben. Und in diesem Drehbuch mit den Fassungen tauchte immer mehr so auf. Also ich fahre zum Beispiel Vesta auf Vespa. Auf einmal fuhr die Figur auch Vespa. Und dann dachte ich dann irgendwann, also wenn du mir jetzt diese Rolle nicht anbietest, so. Und ich glaube, das ist ihm aber auch erst mit der Zeit klar geworden. Und er hat auch sich nochmal ganz viel Zeit genommen, um darüber nachzudenken, ob er wirklich jetzt möchte, dass ich das spiele oder einfach nur eine Freundin. Also da war er sehr gewissenhaft, so mit allen Rollen auch. Deswegen glaube ich, das ist ihm auch quasi währenddessen noch gar nicht so aufgefallen, dass das eigentlich für mich geschrieben war. Das war ganz toll. Da ist auch wieder so, das liegt auch an Olli. Da gibt es auch wieder viele Leute, die wir schon lange kennen. Also Mike Solbach, mit dem hat Olli zusammen in einer Klasse studiert. Ich war nicht mit ihm in einer Klasse. Marion Breckwold, mit der habe ich schon ganz viel Theater gespielt. Dann gibt es Rainer Furch, mit dem hat Olli eine lange Geschichte. Wahrscheinlich noch ein paar andere. Und ein paar kamen neu dazu. Und das ist aber ein total schönes, das kommt sicherlich auch durch ihn, weil er das ja auch gecastet hat, nicht nur ein sehr, sehr gutes Ensemble, sondern auch eben ein sehr nettes, freundliches, liebevolles Ensemble. Und wir hatten total viel Freude, also kamen natürlich aus allen Regionen Deutschlands immer da so hingefahren, je nach Zeit. Und da war Weihnachten in Ulm mit dem großen Weihnachtsmarkt und da waren wir dann und hatten eine eigene WhatsApp-Gruppe und haben uns immer verabredet und so. Und das ist total schön und weil ja auch die Rollen so Spaß machen untereinander, haben wir da in Ulm tagelang gesessen und eben diese Szenen gemacht. Also ich würde sagen, ein guter Regisseur ist so wie eine eigene Welt. Ich würde gar nicht sagen, also das ist, finde ich, die Freude an meinem Beruf. Für mich ist, und das gilt, glaube ich, für den Film genauso wie fürs Theater, es gibt Regisseure, die wie Olli jetzt sehr auf die Schauspieler und da so einen Film machen. Und dann gibt es Regisseure, die irrsinnig, weiß ich nicht, eine Kunstwelt erschaffen. Und ich finde immer toll, wenn man den Regisseur und seine Vision irgendwie spürt. Und das kann sich in tausend unterschiedliche Formen auffächern. Und jedes Mal, wenn sowas passiert, fühle ich mich eigentlich in meiner Fantasie total bereichert. Oder ich kann sozusagen annehmen, ich lerne ihn oder sie kennen und denke dann, Ah, also im Theater ist das leichter zu beschreiben. Manche wollen nur, dass man Mitte, Rampe steht und nach außen. Und wenn man das mal kapiert hat, dann kann man sich darauf einlassen und daran den Spaß so entwickeln. Und da vielleicht auch eine Freiheit entwickeln in dieser Stränge. Und dasselbe gilt für jemanden, der immer will, dass man hinten Purzelbäume macht. Das ist jetzt so, im Film ist das subtiler. Aber das ist eigentlich das Tolle, also das ist das Bereichernde für mich als Schauspielerin, dass man da in andere Welten eintaucht und sich dadurch auch erweitern kann und dadurch ein bisschen von sich selber Urlaub bekommt. Ich glaube, ich mag Schauspieler mit eigener Meinung und eigener Persönlichkeit. Also die Nachfragen und, also nicht unangenehm, Nachfragen wird ja oft mit unangenehm, sondern einfach eben genau sich darauf einlassen können und dann aber nochmal irgendwie den entscheidenden Dreh so dazu tun. Das finde ich unglaublich beeindruckend. Also wirklich Persönlichkeiten, weil letztendlich, glaube ich, ist der Beruf doch, muss ich sagen, dass man sich eigentlich unter der Prämisse, wir verstecken uns mal hinter einer Figur, zeigt. Und Leute, die das irgendwie wissen und dann aber noch wissen, so mit Nuancen umzugehen und sowas, das finde ich immer extrem beeindruckend. Also es geht ja sehr viel und das hat im Arbeitslosenbereich als auch im Schauspielbereich gibt es das viel mit Erniedrigung zu tun und sich nicht wohlfühlen und kein Selbstbewusstsein haben. Und ich glaube, das weiß ich jetzt auch vom Regisseur, dass er letztendlich, deswegen kommen, glaube ich, in seinen Filmen tendenziell immer sehr viele Leute vor, weil er der Meinung ist, dass die Gesellschaft oder die Politik oder was sozusagen uns vereinzelt und das Gefühl hat, jeder muss für sich kämpfen und so vereinzelt kämpfen. Und das ist natürlich, da ist natürlich die Welt viel zu groß. Und das aber in so einem Kollektiv, in so einem Gemeinverbund, wo der Einzelne auch Anerkennung und so weiter erfährt, dass darin eigentlich die Kraft liegt und dass so ein bisschen das, was uns lähmt, nämlich dieses, ich muss mein ganzes Leben alleine stemmen gegen alle, eigentlich mal so ein bisschen aufgelöst wird in sowas. Wir sind miteinander und miteinander ist es viel toller und miteinander hat man auch viel mehr Kraft. Und das, glaube ich, deswegen macht der Film, glaube ich, Freude, weil er das so in den Mittelpunkt stellt. Am Theater ist natürlich, wird ja immer gesagt, muss man alles durchspielen und am Theater, würde ich auch sagen, ist man natürlich viel mehr eingebunden in den Entstehungsprozess. Also man kommt zur Leseprobe und auf der Leseprobe wird das Bühnenbild vorgestellt. Das kann aber auch weggeschmissen werden oder es wird ganz anders oder es wird dann die leere Bühne. Und die Kostümbildner sagen, das könnte es sein, vielleicht aber auch nicht. Und das wird dann vielleicht das, vielleicht fliegt es aber auch kurz vor der Premiere noch raus. Und genauso die Strichfassung. Also dann gibt es eine Fassung, die man spielt, da kommt aber vielleicht auch noch was dazu oder wird was weggelassen. Und manchmal wird auch vor der Premiere noch die letzte halbe Stunde rausgestrichen oder auch noch eine halbe Stunde von heute auf morgen dazugelernt. Also es ist sozusagen, man ist sehr, sehr großer Teil dessen. Und beim Film ist man ein Teil, der kommt, wenn im Grunde genommen fast schon alles entschieden ist. Und dann ist man, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, nicht zu unterschätzen, auch von dem Schnitt total. Also der macht wirklich den Film nochmal und macht auch schlechte Schauspieler gut und nicht so gute besser. Und wahrscheinlich manchmal auch gute schlechter, keine Ahnung. Nein, das liegt ja dann am Film, aber er rettet viel oder macht viel. Und da hat man ja als Schauspieler überhaupt keinen Einfluss drauf. Und das würde ich sagen, ist der Größere. Man muss, glaube ich, mehr Vertrauen. Ich glaube, Kino, jetzt so ganz groß beantwortet, ist der Moment, wo Krieg verhindert wird. Ich glaube, im Kino ist das Tolle, dass jeder immer auf der Seite des Richtigen ist. Er ist immer auf der Seite des Unterdrückten, des Helden, traurig, wenn er stirbt, fröhlich, wenn er überlebt. Die Bösen werden gehasst und wahrscheinlich auch von den Mafiabossen werden die Bösen gehasst. Sozusagen, wenn es nicht die Bösen die Guten sind, aber sozusagen das ist es. Und jeder weiß immer, was richtig ist im Kino, glaube ich. Und ich glaube, man sollte ununterbrochen im Irak und im Iran und in Syrien Filme zeigen. Das würde die Leute sozusagen ablenken von bösen Gedanken. Und ich glaube, wie lange ich sicher war und każdy beschränkt. Untertitelung des ZDF, 2020